Herzlich Willkommen. Winter an der Oka heißt diese Karte und wir müssen leider als Russen spielen, weil sich der Rest des Teams dafür entschieden hat. Der Rest des Teams sind Fanatic, der mit einem anderen Namen online gekommen ist und Big Boon. Das geht schon los. Hallo. Das geht überhaupt nicht mit diesem F3. Ist egal. Also ich spiel T1, T4 ist das glaube ich. Ich spiel gar kein T. Ich spiel T1, T3 ist das glaube ich. Wo kann man, wo kann man den T34 bauen? Äh, im dritten. Okay. Aber der T34, den kann man momentan knicken. Also ich geh auch lieber auf T4 glaube ich. Ich mach's wie Fanatic. Nein. Dann mach ich den T34. Ich will einen T34. Horst, der Taube baut ihn doch schon und da ist er zuverlässig genug mit. Äh, ist der IS-2 nun wieder so schlecht? Also ich find, der sieht ganz gut aus. Ja, dann nimmst du das. Also du nimmst dieses rechte Ding. Ja. Diesen Stoßschützen-Trupp. Ich nehm das linke Ding mit den Gartenschützen. Verscheitern wird das keine Entschuldigung geben. Oh, das sind ja harte Worte. Fanatic spielt exakt das gleiche wie ich. Das find ich doof. Wie kann man denn hochtecken? Äh, mal so ne Frage bei den Russen. Indem man Gebäude baut. Echt? Muss man alle Gebäude bauen? Wie bei den Amis. Du baust eins der ersten alten Gebäude und dann kannst du die anderen bauen. Eins oder zwei bauen und T3 und T4 werden freigeschaltet. Ach so. Und was bringt T1 und T2? Ich mach das jetzt als Fragestellung für unsere Zuhörer. Nicht Zuhörer. Nicht, dass ich jetzt keine Ahnung davon hätte. Nein. Also. Im Spezialgewehrkommando. Als didaktisches Mittel. Im T1 kann man ein Sniper, nen Aufklärungswagen bauen und nen Strafbataillon. Die Horstertaube so gut ausstehen kann, man sehe sich das Video davor an. Fanatic baut tatsächlich die Truppen genauso wie ich. Da baue ich jetzt nen Pionier und baue dann dieses entsprechende T-Ding. Äh, Tier. Wieso heißt das eigentlich Tier? Tech. Ach, das heißt Tier 1. Wir brechen auf. Du solltest doch Dings bauen. Konskript. Ja, baue ich doch. Aber ich muss die trotzdem T1 bauen. Ja, aber nur nicht jetzt. Du brauchst erst vier Konskript, Mann. Vier, ja. Entschuldigung. Nicht eins, nicht zwei. Und die fünf schaltet fällig aus. Das wollte ich jetzt sagen. Die heilige Granate von Antiochia. Am Fanatic spiel das tatsächlich genauso wie ich. Nein, ich mach's besser. Aber ich hab die Spielweise erfunden. Das sind wie die Chinesen. Er hat's erfunden. Das haben die Leute, mein Sohn, das haben die Leute schon gespielt. Da hast du noch keine Komponier für USB-Tage gespielt. Nur weil ich ne lahmere Leitung hatte und das fünf Millionen später gedownloadet hatte. Nee, das ist nicht der Punkt. Also das ist noch ne ziemlich beliebte overpowered Strate-Key. So wie es noch nicht funktioniert, nicht so gut gegen Häuser. Und die sitzen in Häusern. Ja, das stimmt. Aber ich bring jetzt auch die heiligen Strafbataillone von Antiochia. Der heiligen Strafbataillone. Damit hast du auch schon den Titel für das Video. Stimmt eigentlich. Das ist eigentlich, das ist cool. Ich muss jedes Video so ein Scheiß labern. Schon haben wir einen Titel. So mach ich das immer. Das hat sich eigentlich in der Vergangenheit bewährt. Ja, ich hab schon wieder nicht mal mehr einen Überblick, was ich noch an Truppen kontrolliere. Also offensichtlich kon... Kontrollierst du diese Pioniere hier drüben nicht. Die sind jetzt nämlich festgenabelt. Ach was. Das sieht bloß so aus. Ja, die sind ja richtig langsam. Strafbataillone. So, die kriegen direkt einen Flammenwerfer. Pino! 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 Pretty much fair! They killed everything! GG! Oh, Hoster Tauber hat alles verloren. Stimmt doch gar nicht. Wieso sagst du immer sowas? Weiß ich nicht, das ist ein Reflex. Oh, da! Das letzte MG von ihm zieht sich zurück. Das hol ich mir. Hervorragend. Dieses neue Line... Also dieses neue Sichtsystem ist manchmal echt so dämlich. Ich bin direkt in der Haus-Ecke neben mir. Eine gravierende Geschmacklosigkeit. Also Hoster Tauber, wie sieht euer Bär dir aus? Oh, ich hab grad'n... Na ja, das muss ne... Siegst du schon? Ach, den Monotov haben sie gekriegt. Das ist gut, man. Du machst alles richtig. Alles. Ja? Ja! Relativ selten der Fall. Relativ selten der Fall. Siehst du? Die... Nein! Hahaha! Die... Die... Die...